Musik Das ist ja tot hier Was? Das ist ja tot hier Ja, aber ich habe auch gedacht Oder ist es noch zu früh Das ist halb drei Da waren die auch Schwule Oh, jeder Basket-Ableitung hier Mit Chong Freitags auch kurz wieder mal Ja Eigentlich hatte ich nicht vor mit Chong Videos zu machen Sondern mit ein paar neuen Freunden Chong wurde ersetzt Aber Die sind noch nicht da Musst dir mal schreiben Das sind deine neuen Freunde auch Ja, Mann Wo sind die? Ja, komm einfach vorbei Hab sie ja da Ja Ja Ich bin nicht der Gerechtigkeit Sternzeit Alles klar Also Bitte Was habe ich? 1962 Was habe ich? 1962 62 Ja, was ist der Scheiß Ja, der geht aber so in die gute Füllung, glaube ich. Das ist gerne Xen. Wenn er noch die Ohren schnaßt. Hat er nichts. Ich zeig mal ein bisschen von dem Pich. Mach ich nicht. Der ist so, wie so ein Käfer von draußen. Der ist egal. Ich habe Ihnen eine Spezialbeschreibung. Natürlich mein Mann ist ja im Friedhof. Der Tag ist noch nicht. Dann darfst du eine Spezialbeschreibung. Das ist gut, dass ein Kona schon ein Viech wieder... Naja, stimmt. Und die Spenden. Ich zeige nicht meine Hand. Mach eine Xen-Beschreibung. Wuhuuu! Ja, es geht. Dann aktiviere ich aufrichtig den Effekt. Ich höre diese Kante. Ich greife halt an und aktiviere den Effekt des Monsters. Ja. Es funktioniert. Zwei, 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 zwei. Tschüss. Ich weiß nicht, was... Ich habe mich nach vorne gespielt. Ich bin gleich mit nach vorne gespielt. Na gut. Ich glaube, ich zerstöre alle eure Monsters. Ach so! Ich habe einen Applaus. Kahle, bleibt schon so wenig. Das ist die alte Menge, oder? Das ist mein Kriegzerschnitt. Das stimmt. Das meinte, auch zu schuppen. Nein. Und auch zu karr ich jetzt. Oh, der ist super exotisch. Deswegen so stimme ich nur in der Regel als Ernst, der ist mit ihr verletzt. Der gewinnt, der gewinnt. Ich räche mich, wenn du mich an die Chance hast. Kannst du, er gewinnt zu untersuchen. Ich schulde ja komplett gezogen. Was meinst du? Der hat doch einen Wechtdreck. Ich spiele in diese Pendels, okay? Oh Gott, ich mache das Pendelbeförderung, das wird jetzt richtig lustig. Was haben wir als andere? Ich glaube, Cut-and-Fan ist für ihn ziemlich wichtig. Ich bin drei Spiele. Ja, ich weiß. Ja, dieses Ding habe ich auch gesehen. Scheiße, der Vertrag mit dem Suchkönig oder so. Machst du jetzt alles krank? Ja, Mann. Ach, das ist schon krass. Ich dachte schon, da gibt es so was zu singen. Würde ich mir wünschen einen Cut-Cut? Die sagen, hey, den Cut-Cut-Cut-Cut-Cut-Cut-Cut-Cut-Cut-Cut. Ich bin nicht so krass. Ich dachte, das ist die Rolle. Ich muss dich durchleisten. Ich muss einfach reden in den Lenden. Ja, Mann. Wenn er eine Demonstration spezialisch machen wird, kann ich nicht machen. Der fickt einen von euch jetzt. Ich kann ihn leider nicht töten, weil Scheiße gibt's gut. Schade. Entschuldige, das ist der Grund, glaube schon. Der andere muss sich nicht ertragen. Der ist einer, der fast getoppt ist. Das ist der am Leben, Digga. Er macht einen Exodia. Ja, klar. Wenn ein Exodia macht, dann ist er vorbei. Ja, klar. Du spielst gar nicht bewusst, oder? Erstens, das ist ein Muss-Effekt. Das ist ein Muss? Ja, das ist ein Muss. Das ist so scheiße. Stimmt also. Ein paar lustige Karten. Ich hab dir wie einen Tag von der Fingen gefahren. Ich seh da auf deine Hand. Aber das ist nicht dein Muss-Effekt. Und du versiehst gar nicht. Der Rest schon. Ja, ich hab ihn lassen. Ich bin doch nicht fertig. Ich hab' alle weg. 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 Okay, Jungs. Wir sehen hier den Klassentrader in Aktion. Er hat extra geschrieben. Hau'n kommt Götter. Schau' mir beim Traden zu. Muss, muss. Und bitte kommt ein Video. Genau, warte. Die Götter. Ich hab' einen Götter, denk' mir. Ja. Ich hab' alle weg. Hab' ich alle schon. Hast alle? Welche brauchst du noch? Ja. Ich brauch' das live bei mir. Unterstieg. Oder die auf War of the Giants. Oder sonst. Hab' ich alle schon. Die sind hier aus der Liga. Mal sehen, welche brauchst du. Den. Hast du noch andere Karten dafür? Schau' doch mal an. Schau' doch mal an. Schau' doch mal an. Schau' doch mal an. Komm, du musst mich unterstützen. Schau' mal einfach durch. Versuch' dir aus, dass du willst. Ja, das ist schon gut. Ja, eigentlich. Das ist schon mal die Stufen der Zürcher. Das ist gut, Leute. Vielleicht auch jedes fünfte Duell. Ja. 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 Stimmt. Ich hab' noch eine zur Abgabe. Schau' ab. Schau' ab. So weit oben, jetzt noch. Nee, das würde ich da müssen. Bei dem aber auch nicht sicher. Bei dem aber auch nicht. Das war auch im FC für erst. Da wollen wir rausgehen. Ja, das kriegen wir halt immer schnell weg. Der ist für den Wert. Weil der Schleifer sammelt. Genau. Nicht schlecht. Erst anfangen. Wie soll ich sagen? Genau, einen guten Spieltag machen und mehr zusammen. Freight finder Vorstellung, wenn irgendjemand will. Erinnerst du so kurz? Hä? Du bist für was. Vorschau. Ja, dann fangen wir hier an. Vorschau. Jo Leute. Wenn ihr wollt, können wir Trade meine Vorstellung machen. Ich und der Mert, die zwei Trade-Brüder. Jetzt haben wir kleine Vorschau. Ich zeig nur so zwei, drei Seiten. Ich hab drei Ordner. Ich merke genauso. Falls ihr auf sowas Bock habt, einfach Daumen hoch. In die Kommentare schreiben. Gerne könnt ihr euch auch Beispiele sagen, was ihr wollt vom Channel. Ob ihr irgendwelche Ideen habt, was wir machen könnten. Die muss der Home zu einleiten. Ja, sagt nur. Einen Kram. Baut noch mal selten den Ordner. Je nachdem, ob ihr den sehen wollt oder nicht. Also gebt 100 Daumen hoch. Sollte machbar sein. Dann können wir uns den Ordner zeigen. Alles klar. Wir sind gespannt. Geht klar. Kleine ist dir direkt, um mir die Karten zu kürzisch zu verkaufen. Ich sag ihm, was die Werte sind. Dann wird es schlossen. Du gibst doch 100 Hälfte. Ich biete dir 10. Das ist doch fair. Nein. Gib mal 100 Likes. Bei 100 Likes ist die Benefit 10 ab. Ja, okay. Oha. Bei 100 Likes. 10 Tauschwert. 12. 12 Cash. 3 Ohren gebe ich dem. Ja, okay. 1 Cent. Normalerweise bietet er mehr als ich. Ja, bietet er weniger. Ja, aber nur wenn man was erzählen eigentlich. Hast du ihn gebraucht? Hast du ihn gebraucht? Ja. So. 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 Was hast du denn? Was hab ich? Drei Dark Magicians hast du denn? Ne, zwei brauch ich nur. Gib mir den! Ja, aber du siehst die Dark Magicians. Wahrscheinlich 2 hoch oder so. Er sieht die Scheiße, hab ich 2 hoch? Jungs, ist doch fair, oder nicht? Schließlich wird die Karte steigen. Am Arsch steigt der. Steigt genauso wie der Blu-Eis. Am Arsch steigt der. Jungs, ist einfach der beste dunkle Magier. Wenn ihr jemanden haben will, für den Sonntag Stuttgart TTG, könnt ihr ihn tauschen, kaufen, je nachdem ihr wollt. Wie gesagt, bei 100 Likes, die Combiner-Baustellung. Ja, wir haben ein paar neue Projekte anstarten. Schau mal was. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, einfach unter die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Das war's. Das war's heute. Ich werd's jetzt leider packen. Das war's. Das war's. Morgen ist noch Zeit zu sehen. Dann bin ich dann da. Ich bin noch morgen im FD 2 Stunden. Dann sieht man sich. Ich bin FD treu. Leider kann ich nicht für Stuttgart nicht kommen, weil ich die Schwester und Schwester die Wohnung ausräumen muss. Tut mir leid, Chong. Ja, wie gesagt, Chong. Wir haben den Sonntag Stuttgart. Ich bin nicht da. Sonntag, TTG, Samstag in Pforzheim. Freitag bin ich noch hier im FD. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bis morgen. Tschau. Chong war da, hat kurz vorbeigeschaut, aber wie immer kein Video gedreht. Also, falls keine Videos mehr kommen, alles wegen Chong. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liked das Video, wenn's geil war. Für jeden Kommentar sind wir bedankbar. Und wenn ihr's wollt, könnt ihr's auch teilen. Das wäre echt super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereich und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut's täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News. Zum Beispiel vielleicht von Terminen für neue Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten, bis dann. Vergiss dich immer. New Rio Series Business.